so ihr siehst eure britta aus ins rot ich muss dann noch extra anschließen hat sie jetzt mal ein paar richtige pumps an das steht gleich ein bisschen höher aber steht sich auch gut drin das ist irgendwie clean und eigentlich auch klasse finde ich jedenfalls irgendwie gleich ein bisschen erheben vom gefühl her zu laufen natürlich sandalen man hat nicht so viel halt drin alles toll ist klasse ich als frau bin auch klasse und kleid ist etwas tolles zu sagen so aha jetzt aus So ihr siehst, da ist dieses Subrita, der Deckabstand wird immer größer, ich kann es hier schon ein bisschen absenken, ja nicht, ich habe eine kleine Frisur. Das ist das Eure Britta, im schicken roten Kleid und mit der Echtheuerperücke von der Kati, jetzt werde ich gleich meinen Pelzmantel ausziehen und gucken, wie das dann aussieht, aber ich fühle mich erstmal gut, wie immer. Okay. Also wir haben das aus, wir haben das so ein bisschen. Okay. Irgendwas hängt hier irgendwo dran und ich weiß auch nicht wo, achso, kein Wunder, ich bin doch noch mal aus. So. Okay. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ich brauche ein Kabel. So, ihr Süßen. Das sieht doch klasse aus. Ich als Butter bin nur eine tolle Maus. Das sieht doch aus. Das ist irgendwie geil, wie ich bin. Nein, ich muss nicht mehr drüber. Dann doch wie geplant. Und... ... Okay. So, jetzt noch mal gucken, ob wir die Haare hochkriegen. Was ist denn? So, jetzt noch mal gucken. 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 So, jetzt noch mal gucken.